Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel und zwar heute zu Running with Rifles. Ich habe mir gedacht, jetzt können wir mal eine komplette Kampagne vielleicht auch durchspielen. Weil es kommt nächste Woche nämlich, wenn ich nicht recht bin, wenn ich mich recht entsinne, nächste Woche, also morgen in einer Woche kommt das Spiel komplett raus. Es ist aktuell noch in der Beta. Nach einem Jahr Steam Early Access kommt es dann wirklich nächste Woche morgen raus. Morgen in einer Woche, nächste Woche morgen ist es egal. Ja, morgen in einer Woche raus und dann werden wir es sehen. Jetzt Save as Kampagne und wir Kampagne meine ich und wir spielen, äh, ja, machen wir ein bisschen Lessard und spielen, was ist das? Was ist das für ein Schwierigkeitsmodus? Lessard, Summix, Beatus, Hardware. Ja, perfect. Aber wir machen es mit dem, ähm, wir machen es mit dem Lessard, äh, oder die Volldifficultation. Wir spielen mit der Default-Difficultation. Und, ja, wir brauchen keine Custom-Campagne, wir spielen mit den Brown-Pants. Und wollen direkt mal starten. Ich habe jetzt auch noch nicht so lange in das Spiel reingeschaut, also, das ist ja schon mal ein Video, habe ich das schon mal gemacht, also, das ist ja kein, kein Ding. Also, so lange habe ich das Spiel aber auch noch nicht gespielt. Und, ja, wir laden, wir laden, wir laden. Ein Spiel von Volatio Games. Mein Gott, vier Jahre hat das, glaube ich, jetzt gedauert, um zu entwickeln. Mitte, 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 ein Jahr ist die Early-Access-Phase. Und, ja, ist ja auch schon mal stattflicht. Immerhin haben wir es fertig gemacht. So, ja. Also, nicht schlagen, falls ich irgendwas falsch machen sollte. Das passiert auf jeden Fall noch. Attention, incoming Commander Briefing. Good to have you all here at Keepsake Bay. The Prevation Platoon arrived earlier today and secured the perimeter near Villa. Now that the reinforcements are here, the objective is to capture Keepsake Bay completely. Squad leaders are encouraged to launch missions to double-touch the enemy in any way possible. Loot in Cargo Trucks are to be delivered to Armories for investigation. Good luck, Soldiers. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, wir haben eine AK und hier einen Armortruck. Können wir einsteigen und erstmal losfahren, aber ich möchte den gar nicht fahren eigentlich. Ich möchte jetzt erstmal hier auf die Karte gucken. Und zwar, hier ist unser Investigation-Ziel. Wir sehen hier, wie unsere Truppen da hinlaufen. Na, dann wollen wir doch mal in den Truck steigen, weil sonst kommen wir hier gar nicht vorweg. Und dann wollen wir Gas geben hier. Zack, 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 zack. So müssen wir hin. Wir müssen hier, ja, rechts, so. Den Weg rechts. Unsere Armory an die Front bringen ist wahrscheinlich auch gut. Dann können wir nämlich unsere vorderen Männer mit, aber, oh, mit, mit Munition und, äh, das bessere Waffen versorgen. So, hier bin ich jetzt, genau, gut. Ja, wenn wir hier runterfahren, den Berg. Oh ja, ruhiges Gelände scheinbar. Wir kommen nicht so ganz gut voran. Und vielleicht sollte ich hier aussteigen. Hier ist wohl, hier sind wir, wir kämpfen wohl schon. Und, so, jetzt wird hier schon mal, verwickeln wir uns hier schon mal in Schießerei. Mal gucken, äh, ob wir hier irgendwie besser hinkommen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall, äh, ja, okay, wir haben es, glaube ich, geschafft. Dann gehen wir hier rüber schnell und packen mal eben ein bisschen was in unseren Rucksack ein und wir Zeug zum Verkaufen haben. Äh, ey, komm, gib mir Zeug her. Mehr Zeug, Medikit, ja, noch eine hier von, zack. Zack, mehr Zeug. Hier ist auch noch was. Hier ist noch was, ja, hier ist noch mal was da. Oh, ich bin hier bei der Hand geschossen. Vielleicht sollte ich dann nicht, vielleicht sollte ich dann nicht, ähm, wenn ich jetzt hier so überladen bin, wo ist jetzt die nächste, äh, hier hinten ist, nee, warte, ich brauche eine Armour, ja, gut, der Armour Truck habe ich ja mitgebracht. Zack, bitte einmal, kann ich es hier auch verkaufen? Ich bin mir gar nicht sicher, damit wir, äh, das ja, kann ich wohl auch hier verkaufen. Zack, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. So, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Zeug verbraten. Und wir sind immer noch hier in, äh, mittelschwerden Gefechten. So, sehr gut, den haben wir getötet. Einmal, einer weniger auf jeden Fall, der uns hier im Weg steht. Und wir sollten auch mal cool viel XP haben, weil wir schon, wenn wir erst drei XP haben, wir haben noch nicht so viele getötet. Okay, da sind wir, äh, oh, da sind gerade, da behandeln sie Leute rein. Weg. Erstmal nachladen. Äh. Ja, komm, haut sie weg da hinten. Dankeschön. Der da ist auch noch da, in der Lungenposition. Erstmal hier rüber, schnell. Schnell, komm auf. Wir müssen weiter vordringen. So, wir werden jetzt, ja, hier auf der Karte unser nächstes Ziel plötzlich so in dieser Richtung befinden. So, oh. Hier explodiert fleißig wieder alles. Wir können hier mal Zeug einpacken. Hier kann ich mit dem die Handgranate. Handgranate werfen. So, ich weiß nicht, ob ich da gerade jemanden getroffen habe oder wo ich unseren getroffen habe. Oh. Okay, was soll ich vielleicht nicht tun? Einfach so, einfach mal so ins Gefecht einsteigen hier. Auf offenem Feld ist man so, oh Gott. Ja, ein, ein, ein Panzer oder ein Geschütz wenigstens. Irgendwas was in der Art. Oh Gott. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Er ist ausgebrannt. Auf jeden Fall schon mal das. Sehr schön haben unsere... hat die KI gute Arbeit geleistet. Tja, äh, ich wollte jetzt hier gerne runter. Oh. Ja, oder so. Oder so, geht auch. Wenn wir so da auch runterkommen, dann passt. Soll mir das recht sein. Also, da ist das gar kein Problem. Oh, komm, wir müssen wir da oben abknallen. Bitte erschießen. Oh, nachladen. So, komm, wir müssen wir da oben abknallen. So, komm, wir müssen da weg. Wir müssen da weg, wir müssen da weg. Wir müssen da weg. Als wäre der gerade auf die Barrikaden mehr gestiegen. Das wäre ungern gewesen. So. Ja, der ist da noch am fliegen. Oh, 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 oh. Einfach mal Feuerdeckung. Dankeschön. Die schlagen uns hier gerade leicht zurück. Wir müssen hier erstmal ein bisschen... Ja, unsere Truppen hängen gerade alle da hinten noch fest. Oh, 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 oh. Ö, jetzt ist es aber hier heikel. So, den habe ich erwischt noch, gerade so zum Glück. Aua, jetzt ist ja gut, das haben wir, da kann ich nicht so viel machen, dann noch da in die Ecke getrieben. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar XP verloren, das ist so, ja, 58 haben wir jetzt wieder. So, ein paar XP haben wir verloren, aber das ist eigentlich, ich glaube, wir gehen mal. Da kommen unsere Truppen jetzt, das ist sehr, sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir jetzt hier mal ein bisschen, äh, sehr gut. Ja, da hinten können wir ein bisschen abschlachten. Oh, ich hatte, ja, der hat mich getroffen. Sehr gut, da stand ich dann auch zu offen, muss ich sagen, da stand ich dann zu offen. So, vorne, 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 hinten, vorne, so, hier, an, an die. Ja, sehr gut. Jetzt treffen wir alle. Ah, die AK nehme ich mit. Ich würde gerne eine wenigstens auch benutzen, das wäre meine Idee. Oh Gott, da wird das Feuer hart auch nicht. Ja, der hat mich getroffen, natürlich. Natürlich, er erschießt mich, der Wichser. So. So, weiter vorrücken. Oh Gott, der hat mir eine Wechsel zerstört, das finde ich unnett. Also da, die Granate, die flog ganz gut. Hier gibt es jetzt auch nicht mehr Schildungsgefechte. Ja, okay, der liegt, äh, der verbindet sich jetzt selber, glaube ich. Das ist nicht doof, dass der das noch geschafft hat, sich selber zu verbinden. Aber jetzt können wir vielleicht eventuell, oh Gott, wenn die liegt ja nicht da schon wiederkommen würden. Ja, ich kann das mal ausschalten. Aua, ja gut, der hat mich dann erwischt. Ich wollte eigentlich hinter das Auto fliehen, aber es hat nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Jetzt wollen wir mal auf die Karte gucken. Äh, wir haben hier relativ große Truppenpräsenz, da auch. Wir haben hier so das Problem, das heißt, wenn wir jetzt von oben kommen, ja, der Amory Truck sollten wir vielleicht auch mal. Da hinten ist ein Stash. Und was verkaufen wäre auch nicht schlecht. So, sehr schön. Dann können wir uns hier mal eben das Zeug schnappen. Stuff, stuff. Aua, oder auch nicht, weil wir abgekleilt werden. Ja, auf, lass mich wieder einsteigen. Ich glaube, holen wir jetzt mal den Amory Truck hinterher. Ja, ich glaube schon. Das wäre immer ganz sinnvoll, den auch mal wieder mitzuholen, damit wir schnell verkaufen können, immer. Und auch zum Stash dann den bringen können. Battle is erupted near dark stairs and battle ausgebrochen, das ist wunderbar. So, oh, hier ist kein Linksverkehr, oder nee, kein Rechtsverkehr. Nee, kein Linksverkehr. Okay, also, Links-Rechtsverkehr ist sehr schön, da können wir auch nach links einsteigen. Ich glaube, ich fahre dann mal hier so. Oh, hier komme ich nicht rein. Das ist natürlich schade. Das ist die Frage, wie ich dann hier rumfahre. Ah, hier komme ich auch nicht vorbei. Jetzt, wie komme ich denn da lang dann? Wir können da außen rum so einmal fahren. Dass wir da, ja, dass wir da mal den Fakt zum Befecht fahren. Das ist ja vielleicht mal eine, äh, das habe ich denn hier festgefahren, interessant. Ja, okay, komm, dann fahren wir jetzt mal schön in den Rückwärtsgang, steigen wir ein, in den Rückwärtsgang. So, und jetzt vielleicht hier mal einmal rum. So, 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 und zack. Wunderbar, wunderbärchen. Ja, hier kommen wieder nicht durch, natürlich nicht. Oh, mein Trupp, okay. Ja, ich würde trotzdem jetzt erstmal gerne in diesen Truck hier wegfahren. Auch wenn es irgendwie hier nicht gerade funktioniert, bin ich zu inkompetent. So, wunderbar, jetzt aber. Jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir unseren Truck eben mal auf der Karte hier außen lang darunter fahren. So, einmal fahren bitte den Berg hoch. Oh Gott, das ist ja voll der Anstieg hier. Aber der schafft das souverän. Der macht meistert es. So, wunderbar. Wunderbärchen. Wunderbar, wunderbar.